Mein Schatz ist hingeworgen, vor Weihnachten. Ich war ein Satzweinig momentan. Und es hat nicht einmal speichert geworden. Es ist hingeworgen. Nein, ich habe jetzt eben ein Satzweinig vom Job. Und hohe darauf, dass mein Schatz repariert zurückkommt. Ich habe nicht mehr anrufen können. Das Mikrofon ist nicht mehr gegangen. Eben die Leute gehört, aber ich sehe mich nicht gehört. Scheint, wie hat es das auslöst? Zum Wetter. Jetzt kommt der Schleider mit dir. Ich glaube, das ist jemand da nur durch die Schleiderrechte. Ich glaube, jetzt geht man da nur durch die Schleiderrechte. Und ich bin nicht weiter. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Ich habe mich nicht mehr gesehen. Hm?